Ich lerne Deutsch. Nummer 2967 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ella erledigt ihre Geschäfte mit dem Handy. Das geht schnell und einfach. Melanie steht auf dem Startblock und bereitet sich vor, ins Wasser zu springen. Melanie steht auf dem Startblock und bereitet sich vor, ins Wasser zu springen. Ich hatte Glück und bekam eine kleine, günstige Wohnung in einem Studentenwohnheim. Ich warte immer noch auf Pauls Antwort. Er hat noch nicht geschrieben. Ich warte immer noch auf Pauls Antwort. Er hat noch nicht geschrieben. Auf meinen Social Media Kanälen wächst die Zahl meiner Follower stetig. Auf meinen Social Media Kanälen wächst die Zahl meiner Follower stetig. Die Straße ist gesperrt. Wir müssen den anderen Weg gehen. Die Straße ist gesperrt. Wir müssen den anderen Weg gehen. Ich erhalte eine Textnachricht von meiner Kollegin Angela. Sie kommt heute etwas später ins Büro. Ich erhalte eine Textnachricht von meiner Kollegin Angela. Ich erhalte eine Textnachricht von meiner Kollegin Angela. Sie kommt heute etwas später ins Büro. Ich erinnere mich noch gut an die schreiende Frau. Ich weiß nicht, was sie wollte. Müssen diese Pakete heute noch alle ausgeliefert werden? Müssen diese Pakete heute noch alle ausgeliefert werden? Draußen ist es morgens noch kalt, aber es ist gemütlich mit einer Decke und einem warmen Getränk. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Ich bin stolz auf das, was ich in dieser Gemeinschaft von Menschen mit den gleichen Interessen erreicht habe. Ich bin stolz auf das, was ich in dieser Gemeinschaft von Menschen mit den gleichen Interessen erreicht habe. Gestern wurden die Fenster geliefert. Die Dämmung der Fassade wird erst in zwei Monaten durchgeführt. Gestern wurden die Fenster geliefert. Die Dämmung der Fassade wird erst in zwei Monaten durchgeführt. Ich spiele Superwoman im neuen Spielfilm eines amerikanischen Filmemachers. Ich spiele Superwoman im neuen Spielfilm eines amerikanischen Filmemachers. Was macht Paul jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihm noch trauen kann. Besonders schön ist es im Sommer auf unserem großen Südbalkon. Besonders schön ist es im Sommer auf unserem großen Südbalkon. Warum wächst dieser Kaktus schneller als die anderen? Ich muss das herausfinden. Warum wächst dieser Kaktus schneller als die anderen? Ich muss das herausfinden. Warum wächst dieser Kaktus schneller als die anderen? Ich muss das herausfinden. Delia schreibt an ihrer Dissertation. Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Abgabetermin. Delia schreibt an ihrer Dissertation. Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Abgabetermin. Das Auto hat eine Panne. Deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Das Auto hat eine Panne. Deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Warum liegen hier so viele Blätter auf dem Weg? Warum liegen hier so viele Blätter auf dem Weg? Was soll ich jetzt tun? Der Bildschirm ist grün und mein Tablet ist stumm. Ist es kaputt? Das schmeckt gut und diesmal gebe ich dir nichts davon ab. Ich esse alles selbst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe mich über den Weg. Du hast es nicht gewonnen. Ich habe mich über die Blätter aufgestellt. Du hast es nicht gewonnen. 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 Vielen Dank.